Bitteschön. Meine Damen und Herren, in der Blauecke wollen wir begrüßen auf Kenia die schwarze Bälle ein der Griesbühne, Gries genannt. Und nicht zu vergessen begrüßen wir seine Trainer, der seit sieben Jahren Gries trainiert und viele junge Leute das Box beigebracht hat. Bekannt als Boxtrainer in zwölf Jahren ESV Nürnberger Welt, und seit zwei Jahren in Kahn-Kürtenberg. Zufrieden? Zufrieden, sehr zufrieden. Kamala hat schon mal dir die Kriege gemacht. Ich habe das realisiert. Haben Sie verstanden? Ja, ich habe verstanden. Sie haben verstanden, Flasche voll. Dankeschön, galakom.tv unterwegs mit dem Seenbike. Er muss so, als du, als du jetzt.